so bitte jetzt gern was ja gott ein grimaldo bitte mappi mappi aber es ist ein torz bitte bitte jetzt gern bundesliga bitte oh mein gott und die ganzen anderen youtube macht es nicht nach ist geldverschwendung für euch für mich ist kein geldverschwendung weil ich sie wenigstens was ihr meisens und tiktok ihr könnt mich hinten und vorne schauen es ist mir so egal ob ich noch 14 sieger oder was dabei was es ist mir so egal ihr könnt ihr hinten und vorne mal ihr meisens oh mein gott da muss jalla diga der nächste 2,5 million bundesliga torz spieler let's go oh 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 Vielen Dank.